Wir haben diese Folge, das ist übrigens Folge 33, das bedeutet, wir brauchen eine neue Playlist, also eine neue Staffel sozusagen. Ja, ein neues Byte, wir fangen ein neues Byte. Genau, und ist tatsächlich, wir waren im Mai live und das letzte Mal, kurz davor warst du hier. An sich haben wir, also wir sind schon in einige Folgen reingestiegen, gaben auch heute wieder, eigentlich war ich kurz davor, die Folge heute einfach Presseschau zu nennen, weil sozusagen so viel passiert ist, weil so viel im Sommer passiert ist, du echt viel unterwegs warst. Genau, ich habe mir gedacht, wir können das so wie ein Dia-Abend, wie man früher nach einer Reise einen Dia-Abend gemacht hat, nennen. Und hier, jetzt kannst du kurz für unser jüngeres Publikum erklären, was ein Dia-Abend ist. Ich habe genau ein Dia-Abend. Ein Dia-Bild ist früher, also man hat analog auf Film fotografiert und hat das dann entwickelt und da konnte man entweder daraus Fotos machen, die konnte man sich dann eben klein angucken oder man konnte daraus Dias machen, die konnte man mit einem Dia-Projektor, so ein bisschen wie einem Overhead-Projektor, konnte man eben groß an die Wand werfen, um gemeinsam sich Fotos zu machen. Zum Beispiel gab es auch so Hörspiele oder Märchen als Dias, eigentlich ein interessantes Medium, was es heute nicht mehr so richtig schön gibt. Also kann ich mich erinnern, dass wir so Dias hatten als Märchen, das waren dann so 20, 30 Bilder irgendwie, so von den verschiedenen, was da so passiert und eine Geschichte, die konnte man dazu vorlesen. Wie viele Filter hat so ein Dia? Was, wie viele? Das konnte man natürlich analog mit dem, wenn man eventuell Filter in der analogen Kamera, nein, weiß ich nicht. Also ich hatte, glaube ich, ein Dia-Abend in meinem Leben und wir waren auch, es war irgendwie achte Klasse Skifreizeit oder so und dann haben wir uns irgendwie so alte Bilder, also noch nicht mal Bilder über unseren eigenen Ausflug, weil, wie sagt, sondern eher so, wie sah hier die Landschaft vor, keine Ahnung, 30 Jahren aus und wir waren einfach so alle, alle so Richter richtig hart verwirrt, glaube ich. Oder weil, also es ist überhaupt kein Bezug zu diesem Medium, also einfach schon vor, vor zehn Jahren nicht. Und auch so dieses, es war halt auch so super laut und es war so richtig, es musste auch so dunkel sein und es war halt auch so super tiny. Und deswegen muss ich so lachen, wenn ich halt Dia höre. Ja, jedes Medium hat ja irgendwie so seine Berechtigung, ist ja auch so einer unserer. Ja, genau, man konnte das eben gemeinsam schauen, das war damals so der Vorteil. Und also, um auf unsere kleine Technik-Odyssee von heute zurückzukommen, also Zoom will nicht, Skype müsste erst installiert werden. Was ich ja wirklich am schlimmsten finde, ist, dass wir es dann, wir wollten dann auf BigBlueButton umsteigen, ja, als Alternative. Ich konnte mich erst nicht auf einem eigenen BigBlueButton-Server unserer Uni anmelden. Der andere, da konnte ich meine, auf einem eigenen Server konnte ich meine eigene Webcam nicht freigeben. Dann haben wir deinen Server probiert, der hatte aber irgendwie auch so arg mindere Qualität. Dann haben wir wieder einen anderen Server von uns probiert. Ein Server, der in der Uni in Magdeburg gehostet ist, auf den du dich dann von der Uni in Potsdam nicht connecten konntest. Ich hatte letztens das gleiche Problem, mich auf ein BigBlueButton-Meeting in Weimar zu verbinden. Das finde ich doch schon irgendwie relativ bedenklich. Also weil, genau wie du schon gesagt hast, wir schneiden das dann einfach so, dass das niemand merkt. Dass das, ja, das ist ja immer so, das kann man ja immer so probieren, das dann so aneinander zu schneiden. Wir haben wie immer kleine technische Probleme. Ich habe ja gerade von dem Video der Eigentlichkeit der Technik erzählt von Juran, muss mehr als wir werden das unbedingt mal verlinken, wo er einfach nur auch wie eine Folie zeigen will und dann geht der Beamer nicht oder der Beamer hat den falschen Anschluss und dann hat er die aber ausgedruckt, dann geht der Overhide-Projektor nicht und so. Und am Ende hält er das einfach ausgedruckt in die Luft. Und vorher haben wir über Dia-Abende gesprochen und dass das ja eigentlich ein, man zeigt ein analoges Bild über einen Projektor, dass da ja tatsächlich gar nicht so viel schief gehen kann. Ich kann mich aber auch erinnern, früher, dass es schon mal vorkam, dass so ein Dia geschmolzen ist, weil die Lampe natürlich auch sehr heiß wurde, die dieses grelle Licht produziert hat, um das Dia irgendwo hin zu projizieren an eine Wand. Und wenn man dann, glaube ich, zu lange ein Dia gezeigt hat, früher war das so... Hat sich das eingebrannt, ne? Ja, ja, da gab es so einen Halter, da konnte man nur mal ein Dia rein und dann hat man das so reingeschoben und dann kam auf der anderen Seite das andere raus, weißt du, dann konnte man das wechseln, das nächste rein und hat die immer so hin und her geschoben vor die Projektionslinse oder vor die Lampe. Und ich glaube, wenn das zu lange an einer Stelle war, dann ist so ein Dia auch mal so ein bisschen heiß geworden und geschmolzen. Also einfach mal, also ich glaube, warte mal, wir machen mal, ich will es einfach kurz mal zeigen. Du willst ein Dia-Projektor zeigen? Es ist halt schon, also man muss halt echt sagen, es ist halt wirklich die ganz alte Technik. Auch einfach, damit man das mal irgendwie so gesehen hat. Wir hatten natürlich einen aus DDR-Produktion. Ja, so wie der da, der da eben war. So in etwa könnte ich mich vielleicht erinnern, dass der ungefähr so aussah. Ja, Sie sind mir auf den Dia-Projektor gekommen. Ich wollte Fotos zeigen von, ja, so ungefähr. Aber das ist, glaube ich, schon so ein ganz abgefahrener, wo man so mehrere hintereinander reinstellen kann, was sich passiert. Also, dass man dann quasi so wirklich, dass dann der Adjudant an der Seite steht und irgendwie den Knopf hat und dann... Genau, also wenn du diese Märchengeschichte erzählen möchtest mit den Dias, dann müsstest du die vorher alle in das Magazin da reinstellen und dann klick, 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 klickert der eben so durch diese Dias dort. Ja, stark. Also einfach, einfach um mal, also wir haben weder die O-Welt-Projektoren noch die Dias vergessen. Jede Technik hat auch irgendwann so seine Zeit, weil es ist ja, also ich finde, auch dieses Jahr ist von Sommerloch so gar nichts zu spüren. Das war irgendwie erst Konferenz. Ich hatte jetzt irgendwie einen super langen MOOC, der irgendwie mit Vorbereitung so wirklich drei Monate Vollzeit gekostet hat. Aber das war gut investierte Zeit. Aber es waren sozusagen nicht, ach ja, 28 Grad, ab Anwansee. Wie war das bei dir so? Also du warst ja auch echt viel unterwegs. Sommerloch, 23? Ja, nein? Ja, ich mache, ich bin nächste Woche im Urlaub. Bisher habe ich jetzt in den zwei, drei Wochen nach Semesterschluss versucht, ein paar Sachen noch nachzuarbeiten und abzuarbeiten, die jetzt das Semester über irgendwie liegen geblieben sind, weil ich ja Ende April, kurz nachdem wir das letzte Mal gestreamt haben, in Frankreich war zu einem so einwöchigen Flying Faculty-Aufenthalt und dann Ende, einen Monat später, Ende Juni für ungefähr zehn Tage in Israel war. Na, lass uns mal mit den, was ich chronologisch mit den Frankreich-Fotos anschauen. Ich gucke gerade noch mal. Sind das die, auch die ist die Reihenfolge, so wie du sie auch... Ja, ungefähr. Also ich meine, bei Frankreich habe ich jetzt einfach so random ein paar Twitter-Sachen rausgesucht, die so einen Eindruck vermitteln könnten von dem, was da so passiert ist. Ja, das sieht an GER, das sieht auch französisch aus. So, ähm... Genau. Ist das denn, ist das ein Verein oder ist das einfach so die Art, dass man sagt, ich besuche jemanden? Na, Flying Faculty, so kenne ich als so Begriff, man fährt als Lehrperson, also nach Frankreich bin ich natürlich klimafreundlich mit dem Zug gefahren, fliegen lohnt sich da zeitlich auch nicht so wirklich, aber man ist als Lehrperson an einer anderen Uni unterwegs in so Austausch-Kooperationsprojekten und diese, ja, Uni da in Angers, eigentlich würde man aus deutscher Sicht eher sagen, ist das sowas wie eine Hochschule, eine Fachhochschule. Die ist Partner von unserer Uni im Rahmen eines EU-Green Hochschul-Netzwerks, wo es so um, ja, Lehrkooperation im weitesten Sinne, im Sinne, so im Bereich Nachhaltigkeit geht. Und da sind neun Hochschulen drin, ich habe die jetzt nicht alle im Kopf und, ähm, Frankreich ist eben eine davon. Und die Fotos, die man da zum Beispiel sieht, ist, da gab es so eine Study Abroad-Fair, wo Studierende über die Möglichkeiten eines Studiums an den anderen Partnerhochschulen sich informieren konnten. Und wenn du nochmal das Foto da drüber zeigst, weil das ist, äh, irgendwie so ganz witzig, ist ein Kollege von mir, der mit steht und wir sind da so ein bisschen blank hingefahren und hatten null Informationsmaterial von unserer Uni dabei, weil wir erst vor Ort erfahren haben, dass es so eine Study Abroad-Info-Fair geben soll, ja, so der Klassiker. Und dann hatte ich einfach so ein Tablet und habe gesagt, okay, wir machen auf dem Tablet, zeigen wir einfach die Internetseite der Uni, da kann man sich da mal durchklicken. Oder das einfach auf den Handys der Studierenden machen, ist eh das Beste und Nachhaltigste. Der Browser vergisst ja nichts, wenn man da einmal irgendwie die Adresse offen hatte und dann haben wir, kannst aber auf das nächste Foto klicken, da müsste das noch ein bisschen größer zu sehen sein. Dann habe ich einfach handschriftlich ein Poster gemalt mit den wichtigsten Infos, die man braucht, die Internetseite. Ja, cool. Ja, vor allem ein QR-Code wäre jetzt noch entlemmert. Ja, ein QR-Code hätte ich natürlich noch von Hand zeichnen können. Aber dann hättest du dich auch mit niemandem unterhalten. Okay, cool. Das ist natürlich echt Premium, dass ihr irgendwie da seid. Ich meine, ich glaube, die deutsch-französischen Beziehungen, auch politisch, sind natürlich auch sehr eng. Aber natürlich auch, ich würde behaupten, dass auch die bildungspolitischen, das gibt ja auch, ja, also ich glaube, wie würdest du die Zusammenarbeit, also ich stelle mir das sehr nah vor und irgendwie auch sehr. Ja, sehr nah und sehr positiv. Also das ist natürlich auch sehr dicht dran an dem, du kannst ja mal im Hintergrund einfach noch random ein paar andere Fotos da, die ich da verlinkt habe, raussuchen. Also das ist natürlich auch sehr dicht dran an dem, was wir so bei uns Hochschulpolitisch machen. Da habe ich eine Videokonferenz gemacht. Das ist mein Labor, in dem ich da mein ganzes Secretment aufgebaut habe. Ja. Weil ich natürlich da auch ein paar Live-Demos gezeigt habe. Ich würde sagen, die Unis da sind vielleicht ein bisschen besser finanziert als die in Deutschland. Also wenn man sich so die Ausstattung anschaut und auch die Anzahl an Lehrpersonen und auch so Mittelbau, die da aktiv sind, ist das, glaube ich, mehr als in Deutschland. Das ist eine wichtige Aussage. Und ich würde sagen, das kann natürlich auch eben an diesem Fachhochschulcharakter der Uni da gelegen haben, dass sie ja schon auch sehr viel Wert auf Lehre und gute Lehre legen. Also ich hatte für mein, ich habe sozusagen acht Kurse unterrichtet, immer zwei, zwei oder acht Gruppen unterrichtet, immer zwei auf einmal in so einem kleinen Labor. Und für die anderen Flying Faculty Lectures, die da so gab, die waren dann eher in so einem großen Plenum, in so einem großen Hörsaal dort. Wie, was würdest du zur, ich sage mal, Klassen- oder Seminargröße sagen? Also die, die ich da hatte, die Ingenieure, das waren immer so zwölf, dreizehn, vierzehn Leute. Ja, und dann hatte ich immer zwei Gruppen davon, die saßen dann eben in diesem Labor und habe denen ein bisschen was erzählt über elektromagnetische Verträglichkeit, was wir so machen bei uns. Hatte ein paar kleine Experimente dabei. Ja, dann gab es natürlich so ein paar Meetings, wo man sich nochmal ausgetauscht hat, über was könnte man vielleicht außerhalb der Lehre noch in Forschung kooperieren. Ja, wobei das dann natürlich immer so ist, dass die Fachhochschulen dann eben vielleicht nicht ganz so forschungsstark sind. Das ist mein Experimentierequipment da, was ich da mitgebracht habe. Ah, kein Problem. Ja, mich würde jetzt vor allem auch mal so ein bisschen mehr so dieser Kontext, also es gibt ja auch, es gibt ja immer wieder diesen Ruf nach, also vergleichen. Also jetzt meine ich gar nicht so die PISA-Rankings, also nicht Leistungsvergleich, sondern die Umgebung, also die einzelnen Parameter, Stichwort zum Beispiel auch kulturelle Dimensionen. Da gibt es ja irgendwie auch aus den 70ern Hofstädte. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Literatur einsteigen, aber natürlich liegt der Vergleich oder so dieser intuitive, wie machen die das denn? Und erzähl doch mal. Also deswegen habe ich direkt so nach, also diese intuitiven Fragen, also so Klassengröße, wie ist zum Beispiel so die Hierarchie im Klassenraum, das finde ich irgendwie spannend. Ist, wie ist die Prüfungskultur, also fühle ich da irgendwie nochmal so ein bisschen in die Richtung? Weil das finde ich irgendwie wirklich spannend, weil es ist geografisch sehr nah, aber es ist ja, würde ich auch sagen, auch einfach anders. Frankreich ist jetzt zum Beispiel auch einfach als zentralistisches oder auch sehr Paris-bezogenes Land anders aufgebaut als wir als Republik. Also im Sinne von, wie wir unsere föderalen Strukturen funktionieren. Und natürlich hat es jetzt nicht direkte Auswirkungen, wie die Hierarchie im Klassenraum aussieht, aber wenn man überlegt, okay, du hast es schon grob angesprochen, es ist zum Beispiel auch die Förderung oder das Geld fließt wohl anders. Wie sieht es so in diesem ganzen Themenspektrum aus? Ja, also wie gesagt, die Seminargruppengröße ist, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie repräsentativ das jetzt ist, ist relativ klein. Ich meine, in Deutschland, wir haben ja in dem Sinne gar keine Seminargruppen mehr, so bei den Ingenieurstudiengängen, so wie es das ganz früher mal gab. Dass es eher so einen festen Klassenverband gibt, den gibt es da, glaube ich, schon noch. Ich denke auch, dass so die Hierarchien zwischen Studierenden und Lehrpersonen, zumindest so zwischen dem akademischen Mittelbau, nicht so wahnsinnig hoch sind. Ich würde sogar behaupten, dass die sich dort alle mehr oder weniger gegenseitig mit Vornamen ansprechen. Ich weiß auch nicht, ob dieses Du-Sie in Frankreich irgendwie so ein Riesending ist, zumindest habe ich die Hierarchien als recht flach erlebt. Und was mir so wirklich direkt aufgefallen ist, ist, dass man ständig und immer Studierende irgendwo in irgendwelchen Räumen und Laboren der Uni oder der Hochschule drum sitzen sieht. Und da habe ich das mal so ein bisschen hinterfragt. Und da meinten, ja, das ist so ein bisschen die Policy unserer Hochschule, dass wir eben alle Räume immer offen haben. Zumindest da, wo jetzt nicht so super teures Equipment drinsteht, dass sich da jederzeit Studierende in ihrer Lerngruppe und so treffen können. Und ich meine, das ist so was, was ich, was man in Deutschland zumindest, ich jetzt aus Magdeburg irgendwie nicht so kenne. Also hier sind auch alle Räume offen, aber jetzt eben nicht so Labore oder nicht so die Räume, wo die Studierenden auch Praktika machen. Also mehr als Stühle und Tische gibt es hier nicht. Also würde ich tatsächlich unterschreiben. Also es gibt, was trotzdem irgendwie interessant ist, es gibt Toiletten extra für das Lehrpersonal, es gibt aber ansonsten relativ üblich so Unisex-Toiletten. Und ja, wo dann vielleicht das mit der Struktur, also es gibt eben einen eigenen Mensa-Bereich so für das Personal. Kaffee trinkt man typischerweise schwarz, ja, das Restaurant administriert. Nee, so habe ich das. Das war eben ein kleinerer, abgeschlossener Bereich des Mensagebäudes, was für die, ja eben für, ich weiß nicht, für so Sachen. Wir haben einen Baguette-Automaten. Ein Baguette-Automaten, dass man immer mit einem Baguette, um das Clipé, dass man immer ein Baguette unter dem Arm trägt zu erfüllen. Nee, ich muss sagen, es überrascht mich jetzt. Nee, ich habe niemanden gesehen mit einem Baguette unter dem Arm, also. Also es überrascht mich so ein bisschen, aber auf der anderen Seite haben wir auch schon bei Konferenzen auch mit, oder Besucher gesagt, so, okay, das ist schon komisch. So, Hendrik, bei euch gibt es ja Bier in der Kantine. Und also, und es ist doch erst elf. Und alle so, ja, kannst du halt jetzt irgendwie dir einen Hefeweizen gönnen. Also ich glaube, wir haben jetzt keinen Hefeweizen, aber es ist halt schon normal, dass es Flaschen Bier in der Kantine gibt. Ja, aber das war im Frankreich jetzt auch relativ normal, dass man, dass man jetzt zum Mittag auch schon hätte einen Weißwein trinken können. Oder zumindest ein Cidre wurde da eben so wie Saft getrunken, ja. Fahrradabstellboxen habe ich jetzt in Deutschland auch in Unis selten gesehen. Also da geht noch nicht. Ja, und das ist jetzt, das nächste Bild ist so ein Aufenthaltsraum. Oder eben ein, wo man sich auch mal hinsetzen kann und irgendwie was diskutieren kann. Und da kann man auch sein Laptop aufklappen, da gibt es auch mal eine Steckdose an der Wand. Und da gibt es vor allem eben auch eine Mikrowelle, um sich ein bisschen in Form zu machen. Da gab es auch eine kleine Stühle und so eine Mini-Küchenzeile. Und ich habe jetzt natürlich, weil ich da niemanden fragen wollte, ich habe das dann immer so fotografiert zu Zeiten, wo da niemand drin saß. Aber das war auch gut frequentiert. Ja, definitiv. Also was ich ja gesagt habe, das ist ja, das kostet ja jetzt alles nichts. Natürlich kannst du dir jetzt nicht jede Woche so eine neue Ausstattung, also wenn es jetzt jede Woche randaliert wird und irgendwie Spray und wie auch immer. Aber das sieht ja nach einem Katalograum aus. Also da kommt ja sogar Sonnenlicht rein, will ich damit sagen. Ja. Die Mikrowelle, es gibt ja auch so, ja, die Mikrowelle wird eingestellt, weil dann riecht es immer so. Also, ah, finde ich cool. Und das ist ja wirklich irgendwie so, ich sage mal eigentlich bare minimum. Also das ist ja jetzt, es ist jetzt irgendwie kein Raum, also die Stühle sehen schon echt bequem aus, aber das ist jetzt irgendwie auch kein Raum, wo ich als Studierender sagen würde, boah, hier machen wir jetzt heute Abend WG-Party drin. Weil der Raum ist der, also es ist halt einfach ein ganz normaler Raum und es ist halt einfach so ein bisschen, ein bisschen traurig, dass uns das so krass gefällt. Und die das so, oh mein Gott, das ist ja großartig, weil eigentlich ist es ein stinknormaler Raum mit einer Mikrowelle und zwei Türen und zwei Fenstern. Und das sollte halt irgendwie normal sein, aber ist es halt nicht. Also genau, also solche Räume, würde ich sagen, sieht man an deutschen Unis doch irgendwie relativ selten oder zumindest irgendwie seltener. Also das ist mir so aufgefallen, dass man das Studium oder eben so das Ringsrum, das Campusleben schon versucht, eben ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ansonsten, was vielleicht so die FranzosenInnen auch nicht großartig viel weiter als wir. Also zum Beispiel kamen wir da hin und haben dann jeder von uns irgendwie so eine Mappe bekommen mit ausgedruckt, wo so die wichtigsten Infos drin waren. Und haben uns alle im Prinzip angeguckt und haben gesagt, ja wäre nett, wenn wir die Infos einfach schon eine Woche vorher als PDF irgendwie in Cloud-Speicher bekommen hätten. Alles klar, du kannst ja einfach ein Foto machen. Wobei das ja auch nicht richtig digital ist, wenn wir ehrlich sind. Das ist irgendwie die ausgedruckte Meinung. Ja und zum Beispiel so Teilnahmelisten für die Studierenden, also zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Ding war von diesen Flying-Faculty-Seminaren, die wir gemacht haben. Also da gab es offensichtlich so etwas wie Teilnahmelisten, wo die Studierenden unterschreiben sollten. Und das waren eben auch ganz einfach ausgedruckte Listen. Also da gab es jetzt kein Online-System und irgendwie kein Code und so. Und ich meine so ein bisschen, als ich dann da aufschlug mit meinem Pedicase voller Experimentierequipment und mit meinem Pedicase von Kamera und so und das da aufgebaut habe und Mikrofon hier und Kamera dort. Und dann ganz selbstverständlich im Prinzip auch die Lehrveranstaltung gestreamt habe und aufgezeichnet habe. So ein bisschen komisch haben die Leute auch geguckt. Also das war jetzt da auch nicht so ganz der Standard. Du kannst mal irgendwo, habe ich ja so ein, noch so ein Twitter-Thread mit Hörsaal-Technik. Vielleicht können wir in den reinschauen, weil du ja auch gefragt hattest nach Prüfungskultur. Und ich würde sagen, die Prüfungskultur, würde ich sagen, ist dort eben auch noch relativ traditionell. Nee, weil dieser Raum, da habe ich so ein, also ich finde jetzt nur das aus Deutschland, du hast neue Dinge getestet. Nee, und da drüber muss es irgendwo sowas geben, Hörsaal-Technik. Hörsaal-Technik, ja. Du musst dir den Bildschirm freigeben, du musst dir den Bildschirm freigeben. Ja, das sieht sehr stark nach angetretenen Staatsexamen aus. Ja, genau. Das ist dieser Raum, da war so die Eröffnungsveranstaltung drin. Oh Gott. Und ich habe dann geguckt, das ist eben ein Prüfungsraum oder ein Raum, der üblicherweise für Prüfungen genutzt wird, mit Reihen und Spalten einer Matrix-Anordnung von Stühlen. Nicht mehr versetzt, okay, krass. Ja, und da stand zum Beispiel ein sehr teurer Beamer rum, aber auch, wie man sieht, so ein bisschen temporär. Eigentlich ist der dafür gedacht, weil schon das Logo auf dem Kopf ist, den irgendwo teuer an die Decke zu montieren. Und klick mal einfach so durch die Fotos durch, was da noch so kommt. Ah ja, so Schränke kennen wir auch. Und wenn es ins Internet nicht geht, hast du halt auch verloren, weil du kommst da nichts ran. Genau, guck mal, und da sieht man diese, ich habe das Türschild nicht fotografiert, ich kann es jetzt auch nicht lesen, aber da ist irgendwas von Saalexamen, so irgendwie Prüfungssaal. Ja, der hat 10,198 Plätze. Genau, diese Stühle und Bänke und Tischreihen nummeriert. Ja, und ich meine, wenn man sich sonst so die andere Hörseiltechnik anschaut, das ist ein sehr cooler, sehr neuer Besprechungsraum, wo wir drin waren mit so einem Polycom. Videokonferenz, auch nicht angeschlossen, ne? Ja, ne, ja. Die leuchtet schon mal, okay. Ja, die war auch, die war auch aktiv und ich meine, das war jetzt schon, würde ich sagen, ziemlich cool, ziemlich modern aus. Auch mit diesen unformierbaren Adaptern, wie du irgendwie von HDMI auf USB, auf Lightning, auf was auch immer kommst. Nice. Ja, und mit so einem Touch-Interface für die Bedienung und natürlich auch eine sehr, ja, die übliche gedruckte Anleitung. Ein laminierte Anleitung muss sein. Aber das sieht jetzt auch schon nach diesem fancy Meeting aus, wo sich eher die Faculty trifft. Ja, genau, das ist jetzt, glaube ich, auch ein Raum, der wahrscheinlich dann nicht für Studierende so jederzeit geöffnet ist. Und ansonsten in den Hörseelen, ja, das ist jetzt ja was, was man auch eher so als Hörseiltechnik bei uns kennen würde mit klassischen Button. Das ist so ein fancy Raummikrofon, so ein Deckenmikrofon, das war auch noch aus dem Raum davor. Ja, und wie hat das funktioniert? Hast du das? Wir haben natürlich uns nur in Präsenz getroffen. Das fand ich bemerkenswert. Da hat sich jemand selber auch wie eine Entstörung gebastelt für, das ist ein Entstörkondensator und ein Entladewiderstand, ein großer für den Eingang vom Netzteil. Stark, okay. Auch, also bitte nicht machen, weil ich glaube, dann kommt, also würde... Ja, nur wenn man Elektrotechnik studiert hat, dann darf man das. Nein, ich glaube, wenn man das machen würde, dann kommt halt wirklich die Hausverwaltung und das Facility Management zurecht und fragt, ob man irgendwie noch alle Latten am Zaun hat. Und wenn das alle machen würden, dann würde ja hier keine Steckdose mehr funktionieren. Okay, wie ist denn... So, das Wort ist es, denke ich, fast Frankreich ganz gut zusammen. Ich weiß nicht, ob du noch... Ja, wie ist denn das, so ein paar Abschlussfragen, wie war denn die Sprache, Sprachprobleme? Ich weiß jetzt nicht, wie gut du Französisch sprichst. Ich spreche im Prinzip, je ne peux pas parler de français, ich spreche nur das, außer vielleicht bonjour, merci und oui, oui, kann ich nicht viel sagen. Ich, weil ich, ich habe ja Russisch in der Schule gelernt und das bisschen Französisch kann ich eben nur, weil meine Kinder sehr intensiv Französisch in der Schule lernen. Ja, es wurde dort Englisch gesprochen, natürlich. Es ist so ein bisschen wie bei uns natürlich, ne, wenn man jetzt sich in der Uni umschaut, steht da viel in Französisch dran. So wie eben diese Anleitung dort, ja, wenn du bei uns in den Hörsaal gehst und eine Anleitung findest, wie man irgendwie seinen Beamer, seinen Laptop an den Beamer anschließt, dann wäre die hier auf Deutsch, genauso ist die dort auf Französisch. Höchstens vielleicht in Englisch, aber auf keinen Fall in Französisch. Naja, so und die, also die, die dort in der Administration im International Office und auch so die Lehrpersonen, mit denen ich mich dort unterhalten habe, natürlich haben die ganz wunderbar Englisch gesprochen und man konnte sich mit denen austauschen und unterhalten. Bei den Studierenden würde ich sagen, so lala, also ich glaube, das ist immer natürlich der Riesenpunkt von diesen Austauschformaten, können wir ja auch gleich bei Israel noch drauf zu sprechen kommen, dass man dann den Studierenden eben zeigen möchte, ey, pass mal auf, es gibt auch mal Leute, ja, das war ja damals auch in Russland schon so, es gibt dann eben Leute, die sprechen nur Englisch mit euch und da ist dann auch Französisch. Wirklich nur, nicht, wirklich nur und die sprechen auch schnell und die, also wenn ihr die dann auf Französisch was fragt, die verstehen das wirklich nicht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so immer der Kernpunkt dieser ganzen Austauschformate, dass man dann den Studierenden eben demonstrieren möchte, also pass mal auf, hier ist mal jemand, da könnt ihr euer Englisch, was ihr gelernt habt, mal gut, wirklich gut verwenden. Oder andersrum, ihr müsst wirklich, wirklich Englisch lernen, weil es später internationale Austauschformate geben wird, wo eben, ja, die Sprache nicht weiterkommt. Wollen wir ja auch die Chance, mit dir Englisch zu sprechen, die ist ja begrenzt, die ist ja zeitlich begrenzt. Ich habe das auch in irgendwelchen Englischseminaren gehabt und es sind meistens echt coole Englischlehrer, Lehrerinnen oder auch Dozenten, Dozierende. Und das ist ja, die Situation ist künstlicher, weil man weiß so, okay, wir sehen uns jetzt halt irgendwie, wir hatten zum Beispiel so ein Doppelmodul Englisch, aber irgendwie klar, okay, die Dozierende sehe ich halt jetzt irgendwie ein Jahr, weil das sind Zweieinhalbjahresmodule. Und explizit jetzt mit dir über, und man macht ja da noch Englisch um das Englischwillen, so ein bisschen wie in der Schule, wenn wir ehrlich sind, da ist ja so, okay, ich weiß jetzt nicht, was elektromagnetische Verträglichkeit im Englischen heißt. Electromagnetic Compatibility. Und dann hast du halt irgendwie so, okay, ich bin jetzt hier für, was ist ja jetzt auch keine sechs Wochen da, es waren zwei, drei? Ne, es war eine. Es war eine, das ist halt krass. Und wenn du dann, ja, und dann heißt es halt auch so, hm, heute, und ja, das ist durchaus das Spannende. Und wenn man dann irgendwie auch einen Berufsalltag später irgendwie einen anderen Standort besucht oder je nachdem, wenn man in die Industrie geht, vielleicht auch mal ein Kraftwerk oder die Baustelle oder was auch immer, dann ist das eben viel realistischer. Und dann sind das nicht, okay, ihr habt jetzt irgendwie hier 50 Termine, guckt, dass ihr da an 40 dabei seid, dann gibt es irgendwie zwei Termine. Und das, and that's it. Und dann hast du ja noch den Service, dass du das irgendwie hochlädst oder sagst, hier ist so YouTube und Co. Aber es ist ja irgendwie zeitlich begrenzt und das macht es, glaube ich, auch deutlich realistischer, dass man sagt, okay, dann kommt man auch mal aus der sogenannten Komfortzone raus. Israel war auch wieder... Genau, und dann können wir noch mal ein paar andere Fotos von Israel raussuchen. Ja, gerne, gerne. Ja, also, wie du sagst, es ist einfach ein authentisches Sprachkommunikationserlebnis dann. Und ich habe, also, man baut ja in seine Lecture oder in seine Vorlesung oder in seinen Workshop irgendwie auch hier und da mal ein paar Jokes und ein paar Witze ein. Was? Und wenn man dann mitkriegt, dass die Leute schon einen interessiert angucken, interessiert da sitzen, aber an den entscheidenden Stellen jetzt irgendwie nicht in Gelächter verfallen, dann merkt man ja, dass die jetzt nicht alles verstanden haben, was man ihnen irgendwie erzählt hat. Oder, also, weil wir vorhin von kulturellen Unterschieden hatten, oder Humor funktioniert grundsätzlich anders und dann auch noch anders im Bildungskontext. Also, das kann ja wirklich sein. Ja, das kann natürlich sein, weiß ich nicht. Aber ich, auch, als wir uns dann auf der Study Abroad-Fair nochmal intensiver mit Studierenden ausgetauscht haben, war das manchmal schon sehr zäh. Also, ich glaube, da ist auch die Spannweite, Spannbreite eben sehr weit. Es gibt ja Leute, die sehr gut eben Englisch sprechen. Es gibt auch Leute, für denen das einfach sehr schwer fällt oder die dann noch großes Optimierungspotenzial haben. Und ich glaube, um da, ja, um allen irgendwie diese Notwendigkeit nochmal klar zu machen, sind diese Austauschformate eben super. So, das ist jetzt ein schönes Bild aus Israel. Ja, ganz kurz noch. Ich bin auch ehrlich, ich wäre als Studierender auch vorsichtig, gerade auf so einer Messe, dann bist du irgendwie so zwei, drei Tage da. Du willst jetzt nicht der Studierende sein, der irgendwie so den Flying-Faculty-Menschen, also quasi die Koryphäe aus, die Ingenieur-Koryphäe aus Deutschland, zu früh auf dem Cidre einlädst. Also, zu informell, zu steil, gerade weil doch so ein Hierarchieverhältnis ja eigentlich existiert. Da wäre ich tatsächlich auch vorsichtig. Insofern kann ich so eine gewisse, ich gebe mir das jetzt nicht, dass ich als Erster auf der Messe vorspringe und irgendwie überhaupt nicht weiß, wie da drauf ist, dass du ja eine informelle Lehrperson bist. Das wussten Sie ja wahrscheinlich am Ende der fünf Tage. Ja, klar. Also, ich meine, das ist immer so ein Ding, dass, wenn man da hinfährt irgendwo, also, dass das immer eine große Unbekannte ist. Wie ticken die Leute dort auch für die Studierenden vor Ort? Wie tickt derjenige, der da kommt? Wie macht der es so? Ja, das ist jetzt Israel. Bei Israel, würde ich sagen, da waren wir an so einem College, also auch so eine Fachhochschule, die interessanterweise zwei Standorte hat, die auch nur, also einmal in Bersheva und einmal in Ashtod, das sind so Städte mit, ja, wie Magdeburg, würde ich sagen, oder vielleicht wie Potsdam. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner in Potsdam hat. Wahrscheinlich mehr als Magdeburg. Also, die haben beide so um die 200.000, 300.000 EinwohnerInnen. Let me google this for you. 178.000. Okay. Da war ich mit 140 ja gar nicht so weit weg. Ja, und die Uni, wo wir da waren, oder eben dieses College, gibt es erst seit 17, 18 Jahren. Es gibt auch noch den Gründungspräsidenten, der war da auch anwesend, hat da auch mal ein bisschen was gesprochen. Und ich glaube, die Technik dort stammt in vielen Fällen einfach noch aus der Anfangszeit. Diese Deckenkamera zum Beispiel, die hat man da aber in fast jedem Raum gesehen. Also, ich glaube, die haben in der Corona-Zeit auch massiv investiert, sodass man wirklich aus jedem Raum, auch wenn das jetzt in der Zeit, wo wir da waren, nicht intensiv genutzt wurde, sodass man aus jedem Raum... Fliegt da ja auch nicht hin, um dann virtuelle Seminare zu halten. Genau, wir haben da so einen Hackathon betreut und eben auch so ein paar Mini-Lectures gegeben. Aber in Französisch, in Frankreich würde ich wenigstens noch die Buchstaben verstehen, hier bei Hebräisch. Das ist so ein bisschen wie in Russland, wenn du die kurillischen Buchstaben nicht lesen kannst. Ja, vor allem die Schritte. Also, klar, ich meine USB, die 220-Volt-Steckdose, Converter mitnehmen. VGA, USB und irgendwas, gut, PLA brauchst du nicht, aber ja, okay, krass. Das ist natürlich, hast du irgendwie mehr Zeit für Aufbau, Abbau, Rüstzeit? Also, du hast ja sozusagen hier so dein... Eigentlich nicht, weil die Kollegen und Kolleginnen dort das für uns alles übernommen haben. Und das ist jetzt mal so ein Raum, in dem auch Studierende aktiv waren. Die haben da so einen Hackathon gemacht über ein paar Tage und versucht da irgendwie so projektlernmäßig was zu machen. Und die haben sich einfach natürlich selber ganz viel Equipment mitgebracht. Haben die da für sich Credits bekommen? Weil ich kenne Hackathons nur so, okay, ihr habt jetzt irgendwie hier den Tag über Vorlesung gehabt und abends könnt ihr spielen, kein Problem. Aber dafür gibt es halt keine Credits. Naja, ich glaube, das ist schon richtig in das Curriculum eingebunden, weil die das regelmäßig zu machen scheinen und weil das auch so interdisziplinär und verschiedenen Studiengängen verknüpft und sowas. Und ich glaube, das war schon offiziell Teil des Studiums. Du kannst mal, wenn jetzt dieser Thread zu Ende ist, in... Ah ja, du bist schon in jetzt dieser langen Liste von... Ah ja, genau, ja, genau, weil hier... Ah ja, genau, wir können ja wieder... Das ist jetzt einfach so eine Suche, genau. Das ist der Standort in Aschdott. Keine Wolke am Himmel. Krass. Das ist auch direkt am Mittelmeer. Und da haben wir uns tatsächlich ziemlich viele verschiedene Labore angeschaut, die alle möglichen Sachen da so machen. Gut, wir wollten natürlich, wenn ich einen Besuch aus... Also, wenn wir jemanden aus Ungarn oder aus Spanien empfangen, dann flexe ich natürlich auch ein bisschen und zeige dem und gucke auch so ein bisschen, wie die Reaktion ist. Natürlich, klar. Ja, cool. Ja, also da gab es so viele Meetings so in der Art, wo wir in Laboren saßen und uns da eben Equipment angeschaut haben. Und über, ja, auch, also gemeinsame Themen für Lehrveranstaltungen und für Forschungsprojekte, also sowas wie Summer Schools. Die Leute dort haben auch zum Beispiel nach meinem Vortrag über EMV gesagt, oh, das ist hier ein super spannendes Thema auch für unsere Kommunikationsingenieure, ob ich nicht das mal per Zoom einfach machen kann, einen Termin da übernehmen kann als Externer. Ja, das ist jetzt so ein klassischer Lehrveranstaltungsraum, da sieht man, sieht jetzt auch nicht viel anders aus als in Deutschland, ziemlich frontales Setting. Da oben siehst du auch die berühmte Deckenkamera. Genau, genau. Aber das ist schon nicht irgendwie, also es fühlt sich mehr an als die, meine, Bodensteckdosen sehe ich jetzt auch nicht. Das ist eine kritische Infrastruktur für Studierende. Aber so eine Decken, also in so kleinen Räumen sehe ich bei uns deutlich seltener so eine Deckenkamera. Die ist immer nur 18 Meter im Hörsaal 1. Und was jetzt noch bei dem Standort dazukommt, ist, dass die, glaube ich, in so temporären Gebäuden wohnen. Also das ist mehr wie so ein Containerdorf bei uns. Die wollen eben was Neues dort bauen und so lange, wie sie das neu bauen. Aber auch da siehst du, schönen Aufenthaltsbereich. Also das war eben Mittagessen, aber extra, das war nicht aus der Kantine. Ah, okay. Ne, wer meint. Und das ist auch eine Uni? Das ist auch Uni, genau. Krass. Ja, und da siehst du, dass das im Prinzip wie so Container oder wie so temporäre Bauten ringsherum sind, was einfach der Freiraum zwischen den Containern überdacht, ein paar Zitronenbäumchen da rein, da wuchsen auch tatsächlich irgendwie Zitronen dran und ein paar Tische hingestellt. Da hast du einen wunderbaren schönen Aufenthaltsbereich. Ist natürlich relativ warm dort, aber Herrgott, wo ist es da nicht warm? Oh, am Mittelmeer studieren und arbeiten. Dafür bist du eben in Israel. Und so sieht es da draußen aus. Die deutsche Fahne haben sie auch gehisst. Oh, wow. Ja, und Aschdott jetzt vielleicht als Stadt oder generell Israel, das war früher mal historisch gesehen vielleicht ein Fischerdorf und so einer der ältesten Häfen in Israel, aber um 90 herum hatte diese Stadt wohl so 4000 Einwohner und jetzt hat sie eben 240.000. Also da kann man sich vorstellen, dass diese Städte einfach innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr groß gewachsen sind, alles so ein bisschen künstlich dort wirkt, alles so ein bisschen am Reißbrett geplant ist. Genau, also da, wo du jetzt bist, da müsste ungefähr die Uni sein. Du hast jetzt direkt nach dem, genau, da ist das, da ist dieses Samy Sharmun College. Hast du wenigstens was von der Stadt gesehen? Wenn man halt irgendwie nur U-Bahn... Ja, ich habe auch ein bisschen was von der Stadt gesehen. Wir wurden, wir wurden, also da gab es auch, da ist dieser Beach, da waren wir natürlich auch mal nachmittags und abends baden. Die Stadt, muss man sagen, hat jetzt aber eben auch touristisch nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Da gibt es jetzt irgendwie keine historische Innenstadt. Aber ich fand es immer cool, im Auslandssemester oder Forschungssemester den Alltag von Leuten mitzumachen, weil das eben nicht die Reiseführer, alles kaputt getrampelt Reise ist. Natürlich siehst du da nicht das National Museum, weil dafür musst du immer in die Hauptstadt fahren, National und so, klar. Aber ich fand das eigentlich immer cool, auch, weil normalerweise hast du nie die Chance, innerhalb von einer Woche irgendwas von Leuten mitzubekommen. Und das fand ich immer ein großes Privileg über die Uni, mit Leuten, irgendwie auch über Fachkulturen und auch Ländergrenzen hinweg, sofort so, hey, komm mit und dann machen wir heute Abend noch Tee und morgen gehen wir an den Beach, dann zeige ich euch die Innenstadt. Das kriegt man sonst nicht. Das ist einfach ein Privileg, der mit diesem Beruf einherkommt, wenn man denn ins Ausland geht. Das machen, glaube ich, auch nicht so viele Dozierende. Ja, es ist eben doch immer ein bisschen zeitaufwendig und in der Zeit bleibt ja normalerweise die Alltag hier nicht liegen. Also man ist so ein bisschen in einer gewissen Doppelbelastung. Ja, was jetzt da speziell an dem Ort war, wie gesagt, die Uni war relativ weit weg von unserem Hotel. Ich weiß nicht, das waren so Laufweg, viereinhalb Kilometer. Das ist eben jetzt nichts, was man dann auch als, also in Frankreich war das eine ähnliche Strecke. Die bin ich dann auch jeden Tag zu Fuß gegangen, einfach weil das ein super schöner Weg war. Wirklich gelaufen. Gelaufen gegangen, durch diese historische Stadt. Also Angers ist auch so ähnlich wie Magdeburg, auch so von der Größe her sehr vergleichbar. Man hat auch einen Dom, hat auch einen Fluss. Ja, auch da ist die Hochschule, so wie in Magdeburg, eigentlich auf der anderen Seite des Flusses. Und da konnte man wunderbar laufen. Aber in Israel, erstmal wäre es da nicht sehr schön gewesen zu laufen. Es ist auch tagsüber natürlich unwahrscheinlich heiß dann draußen. Und die Kollegen dort, die hatten auch immer, glaube ich, so ein bisschen Bedenken. Also wenn wir gesagt haben, hier in Bersheva, da waren das irgendwie nur so 1,2 Kilometer. Da haben die auch gesagt, nein, das könnte doch nicht laufen. Das ist doch zu weit. Also wegen der Hitze oder wegen Sicherheits? Ja, wegen der Hitze. Also die haben immer Angst gehabt, dass wir da irgendwie... Das ist halt auch, kommt der Informatiker oder Ingenieur mit Kellerbräune aus Deutschland und dann... Genau, also das ist irgendwo zwischen Paris und Nantes und Rennen ist da noch irgendwie in der Nähe. Und Le Mans, so was man ja vielleicht kennt von diesem Autorennen. Ah ja, 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 24 Stunden Rennen von Le Mans, ja, okay, okay. Genau, so und da so ein bisschen eben in der Provinz liegt Angers, da wo jetzt der rote Punkt ist, da würde ich sagen, ungefähr so war mein Hotel. Ah ja, okay. Genau, da, das Apart City, da war mein Hotel und das ist die... Und das war auch so ein Ding, da habe ich halt geguckt vorher, ach, such dir ein Hotel in der Nähe von der Uni. Ja, das war super in der Nähe von der Uni, von dem Rektorat, von der Präsidion. Ja klar, Klassiker, ja. Aber die eigentliche Uni, jetzt musste sozusagen raus über den Fluss, da muss es irgendwo so sein. Würdest du denn beide Orte wieder machen? Auf jeden Fall. Also nach, ich glaube, Oranger nächstes Jahr, Frankreich ist im Prinzip schon fest eingeplant. Oh, okay. Da gibt es jedes Jahr so eine International Week und die ist immer so Ende Mai. Das passt eigentlich auch ganz gut bei uns so in den Semester, Schedule, Ablauf rein, weil das ist nicht direkt am Anfang des Semesters und nicht direkt am Ende, sondern so eben in der Mitte. Da kann man sich ganz gut mal für die eine Woche oder für die paar Termine vertreten lassen. Und ich glaube, ich wäre da auch wieder gern gesehener Gast, habe das auch für mich im Prinzip für das nächste Jahr schon mal so eingeplant. Und da jetzt mit dem Zug hinzufahren, gut, da ist nochmal eben ein Tag Hinreise und ein Tag Abreise irgendwie weg. Wenn es ein kurmischer ist, also meine Güte. Aber das kann man, glaube ich, schon trotzdem auf jeden Fall mit seinem Gewissen dann vereinbaren. Israel weiß jetzt nicht, würde ich jetzt nicht direkt nächstes Jahr wieder hinfliegen. Aber es ist eben sehr nett, man hat mal die Standorte gesehen, man hat mal so ein bisschen da eben Luft geschnuppert, man hat mal ein paar Leute kennengelernt und ich glaube, damit ist jetzt so ein, also wenn sonst jetzt jemand mich gefragt hätte, hätte ich es natürlich bestimmt gemacht, aber ich glaube, es wäre einfach niemand auf die Idee gekommen, jetzt von dort mich einzuladen, per Zoom mal ein oder zwei passende Themen von Lehrveranstaltungen irgendwie als Online-Remote-Flying-Faculty sozusagen zu übernehmen. Und ich glaube, die Tür ist jetzt geöffnet. Und das ist, also vor allem, obwohl du schon so eine starke Online-Präsenz hast mit den Streams, mit den Konferenzen, deine Folien werden vorher hochgeladen, du hast auch relativ viele Videos, also insgesamt hast du sehr viele Videos, aber auch auf Englisch und trotz dieser Online-Präsenz, weil man hätte sich die ja schon angucken können, so, hm, okay, bist du da drauf, was macht der so inhaltlich? Und trotzdem reicht es, weil wir sind totale Verfechter von Online und Video, Digital und es gibt Szenarien, die ergeben einfach Sinn und die funktionieren und die funktionieren auch teilweise besser, aber jetzt diese erste sich austauschen und irgendwie mal zusammenkommen, obwohl du so eine starke Online-Präsenz hast, hat das nicht gereicht. Und das ist ja irgendwie auch mal eine interessante Beobachtung, dass man eben, ja, auch so dieses Erste, auch die müssen natürlich auch gucken, wen lassen die denn auf ihre Studierenden los? Das verstehe ich natürlich auch. Und auch du willst natürlich, okay, wie ist die Betreuung, wie ist irgendwie das Ganze vor Ort? Hätte ja auch sein können, dass du sagst, hm, ja, ist eher so ein Bucketlist-Ding. Und es gibt ja auch noch andere schöne Orte, die auch jeweils Unis haben und Co. Definitiv. Und also vielleicht noch abschließend, was da so ein bisschen den Unterschied der Kultur angeht, was mir aufgefallen ist, in Israel, vielleicht ist das auch so ein Ding dieses Colleges, ich weiß es nicht, die machen unwahrscheinlich viele Projekte und unwahrscheinlich viel Praxis. Also in Frankreich fand ich das auch schon, wenn man sich da so die üblichen Studiengangs-Flyer und so angeschaut hat mit den Beschreibungen der Curricula, dann war da eine sehr hohe Zahl drin von Praxisstunden, die sie irgendwie Versuche im Labor machen und so Sachen. Und in Israel haben die Studis, also sowas, was wir in unserem Lego-Praktikum machen, also hier ist irgendwas, baut was, programmiert das, druckt was mit einem 3D-Drucker, nehmt ein Arduino, frickelt da irgendwelche Sensoren ran, baut irgendeinen Roboter, der irgendwie dieses und jenes macht. Das haben die da, glaube ich, lieber gemacht als bei uns. Und eben auch dann diese Ergebnisse zu präsentieren. Also wir haben uns dann viele studentische Präsentationen angeschaut, die hatten dann auf den Fluren, ich muss mal gucken, ob du nochmal irgendwie da so ein paar Fotos findest und dann die im Zweifel nochmal freigeben. Also die haben dann auf den Fluren und auch das ist, das war jetzt in Berge war auf dem anderen Standort, da ist mir so aufgefallen, sowas würdest du jetzt bei uns überhaupt gar nicht hinbekommen, weil unsere Gebäude alle so funktional gebaut sind, dass wir eben keine großen ausladenden Flure oder Foyer-Bereiche haben, wo man jetzt ganz viele studentische Gruppen hinstellen könnte, die dann jeweils vor einem Monitor und vor einem Tischchen irgendwie ihr Projekt präsentieren. Und das gab es halt, da gab es einen großen, riesen, langen, breiten Flur, dann wurden da ganz viele Tische aufgebaut und Monitore und dann habe ich die irgendwann mal so gefragt, die Monitore und so, ne, jede Gruppe hatte dann so ein, weiß ich, 40 Zoll oder paar 30 Zoll Monitor, um da ihre Folien und Poster und Sachen zu zeigen, dann habe ich die gefragt, die habt ihr jetzt schon ausgeliehen für das Eventuell. Ne, ne, die gehören ja auch nicht so, ne, also da, ähm. Was ja auch nur Monitore sind, das ist halt so krass, das ist so flash, dass sie... Nein, so Monitore mit Stativen und so. Oh mein Gott, Monitore. Für, für eben, für so Präsentationen, weil die, weil die das einfach scheinbar regelmäßig und oft dort machen. Ich finde schon, ne, ist egal. Ja, und, ähm, da war dann auch nochmal so ein Punkt mit der Sprache, dass die Studis natürlich vorher gesagt bekommen haben, macht diese Präsentation bitte auf Englisch, bereitet eure Folien auf Englisch vor, bereitet eure Poster auf Englisch vor. und ich, ich glaube, eigentlich hätten die gesagt, boah, warum müssen wir das machen? Hier ist doch nur, sind doch nur wir und alle sprechen auch hier. Niemand spricht hier, ja. Hebräisch, ähm, und, und jetzt kamen aber wir und wir haben auch sehr interessiert getan uns, ähm, und wir waren auch wirklich interessiert uns die Ergebnisse dieser Studierenden anzuschauen und ich glaube, die waren super happy, die haben dann auch immer gefragt, ob sie Fotos mit uns machen können und, ähm, also die waren sehr, sehr, sehr engagiert dann auch dabei, uns dort ihre Projekte vorzustellen. Und ich glaube, dieses projektbasierte Lernen, ähm, ist wirklich was, was, was irgendwie gut funktioniert, wo sich jeder kreativ austoben kann, denn jede Gruppe, wo du auch so diese Gruppendynamik drin hast und eben auch diese ganzen Soft Skills von Zeit- und Projektmanagement und diese ganzen Präsentations Skills und, ähm, das, auf, auf sowas wurde dort, glaube ich, sehr viel wert gelesen. Das erinnert mich einfach total an der, an den Comic von, äh... Constructive Amusement? Ja, genau. Oder ist es, also dieser, inhaltlich geht es darum, äh, wir haben diese, wir haben ein neues Gen entdeckt und hier auch ein Medikament entwickelt, äh, im Rahmen vom Seminar und dann schlagst du das Prüfungsbüro, ja, aber im, im, im Prüfungskatalog steht Klausur. Ja, okay. Und es ist, es ist einfach, ach, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, ob überhaupt das überhaupt hilft, zu sagen, so, hier, guck mal, was die Israelis und, ähm, die Franzosen machen und wie es funktioniert. Es ist auch, ja, und auch wirklich, du könntest ja quasi sagen, was so eine, so, so eine Reihe an 30 Zoll Monitoren kostet und was irgendwie so ein Flur kriegen wir, haben selbst wir so nach dem Motto. Ich weiß aber teilweise gar nicht, ob es hilft, da jetzt an Entscheidungsträger anzugehen und sagen, hier, das kostet das, so und so, das ist irgendwie Nutzungsszenario. Ein Bildschirm ist ja sogar content-agnostisch, da kann ich ja mehr oder minder alles dranhängen, wenn ich gucke, dass da irgendwie ein modernes Kabel dranhängt. Und es ist, es ist so traurig einfach, dass uns das so flasht und zu sagen, so, oh mein Gott, weil eigentlich ist es nur eine Art zu sagen, wir können hier was präsentieren. Und das, das alleine macht ja auch noch kein Modul. Also nur, weil ich jetzt irgendwie 13 Bildschirme kaufe, die, die rollbar sind, heißt es ja nicht, dass ich irgendwie, ich muss natürlich auch noch mehr. Das ist wieder dieser Punkt, wo man sagt, ja, nur Geräte, auch so, Stichwort Hochschulpakt und so, nur Geräte reichen nicht, du brauchst irgendwie Infrastruktur, man sollte sich darum kümmern. Und du brauchst die Seminare, die das dann auch benutzen, und zwar nicht nur, wenn der Pressetermin ansteht. Und es ist einfach alles so traurig, dass man, dass es eigentlich so einfach wäre, aber selbst dieser Beweis, dass es woanders funktioniert, das ist, das macht irgendwie, also ich schöpfe Hoffnung durch so Berichte, und ich habe das ja auch schon gesehen. Es frustriert aber auch so ein bisschen, weil man weiß, das kannst du halt hier voll vergessen. Das wird halt nicht passieren. Ja, also Fazit wäre vielleicht, es nützt auf jeden Fall was, den Campus lebenswerter zu gestalten, ein bisschen Geld zu investieren, eben nicht nur funktionale, sondern vielleicht auch einfach schicke und lebenswerte Gebäude zu bauen, in denen man sich gerne auffällt, projektbasierte Lehre zu machen, den Praxisanteil in so einem Studium ein bisschen zu erhöhen und da in der Hinsicht ein bisschen mutiger zu sein. Und dann kommen die Studierenden vielleicht auch tatsächlich von ganz alleine und sind eben happy, dass sie da an so einem Standort und an so einer Uni sind und kommen eben gern in die LERB-Veranstaltung. Auf jeden Fall. Also gerade, ich meine, ob es jetzt Magdeburg, Potsdam oder die zwei Städte sind, die du jetzt besucht hast, ich will jetzt nicht schon wieder auffallen mit einer falschen Betonung, deswegen sage ich einfach nur die zwei Städte. Die sind, also gerade wenn es so kleinere Städte sind, und wir hatten ja auch schon Einschreibezahlen sind leicht im Rückgang, je nachdem, wie man die Statistik jetzt genau betrachtet, entweder sie bleibt gleich oder es ist irgendwie leicht rückläufig. Wir haben einfach, und auch kleinere Campi müssen sich, ich glaube jetzt, dass sie ums Überleben kämpfen müssen, ist vielleicht auch zu viel Clickbait, aber es ist ja durchaus einfach eine Frage, was machen denn kleinere Hochschulstandorte? Und wir haben auch in Deutschland relativ viele kleine Hochschulstandorte, weil wir haben ja mal nur fünf große Städte und dann gibt es da irgendwie noch so eine B-List und da würde ich sogar irgendwie Potsdam und Magdeburg sogar noch so rein größentechnisch auf so einer B-List haben, so zusammen mit Würzburg und also diesen mit großen Städten. Und man braucht ja irgendwie mal einen Plan und ich finde es so spannend, dass du jetzt eigentlich an zwei relativ kleinen oder kleineren Orten warst, die ja auch total, also ich kann mir gut vorstellen, dass die dich jederzeit wieder nehmen, weil es ist halt auch einfach eine Möglichkeit, du hast denen ja jetzt auch keine Kostennote dagelassen. Das war ja irgendwie so, hey, wir gucken irgendwie, das ist beidseitig gefördert und das ist natürlich händeringend, wird das natürlich aufgenommen, vom interkulturellen Austausch mal ganz, ganz zu schweigen. Und ja, wir brauchen auch so Konzepte für unsere kleineren Unis. Ja, und auch die Studierenden, also das habe ich ja auch in Deutschland den Eindruck und ich nehme mich da auch selber nicht aus. Ich bin ja in meinem Studium auch nicht ins Ausland gegangen, weil ich das einfach irgendwie sehr aufwendig fand. Und ich würde sagen, Studierende hier, Studierende in Frankreich, gerade vielleicht eben jetzt so in den nicht ganz so großen Städten wie Magdeburg, wie Angers oder wie meinetwegen da in Bersheva und Ashtod, die sind eben sehr familiär verwurzelt an den Standorten und für die ist es schwierig, sich überhaupt vorzustellen, das ist auch das, was bei dieser Studie Broadfair herausgekommen ist, sich überhaupt vorzustellen, mal für so ein Semester ins Ausland zu gehen. Und also dann zu zeigen, okay, da gibt es eine Lehrperson, da kenne ich vielleicht schon mal jemanden, der hat mir auch diesen Standort schon mal ein bisschen vorgestellt und so, das kann helfen oder eben andersrum, ja, wenn der Prophet nicht zum Berg, dann muss der Berg zum Propheten, wenn ich Internationalisierung in einem Studiengang haben will und die Leute wollen einfach nicht diesen Standort verlassen, gut, dann muss ich ein bisschen die Internationalisierung eben von außen in den Studiengang reinbringen, dann kann ja so Flying Faculty Aufenthalte auch helfen. Und bei diesen beiden Standorten in Israel, die waren nur 60 Kilometer voneinander entfernt und dann haben wir die mal gefragt, weil das ist ja auch komisch, warum habt ihr jetzt eine Uni mit zwei Standorten, die nur 60 Kilometer voneinander entfernt sind, warum können eure Studierenden nicht einfach dann jeweils zu dem anderen Standort irgendwie kommen und dann war so die Meinung, naja, das ist schon zu weit. Also die Studierenden sind da wirklich sehr, sehr, sehr fest verwurzelt und selbst dieses, du fährst irgendwo 60 Kilometer irgendwo hin, suchst dir da eine Studierendenbleibe oder eine WG, das würde man dort üblicherweise eben schon nicht machen. Also ich kenne Leute, die pendeln eine oder auch zwei Stunden ein Weg, weil das 300, 400 Euro spart, auch lieber auf dem Kaffee oder bei den Eltern zu wohnen und dann nimmst du mittags noch das Essen mit. Boah, okay, krass. Das ist halt schon echt eine ganz schöne Limitation. Also eine logistische Limitation, ich weiß jetzt nicht, wie das öffentliche Nahverkehr ist, vielleicht kann man da einfach nicht mit der S-Bahn schnell hin und her fahren. Das weiß ich auch nicht so richtig gut. Also ich glaube, die Züge und Busse und so in Israel, das funktioniert relativ gut, ist auch relativ günstig. Ich weiß nur nicht, in welchem Takt das dort stattfindet und ob man damit jetzt tatsächlich zu einer Uni pendeln könnte, weil ich dort leider eben nicht so viel öffentlich Bus und Wagen gefahren bin. Für uns war diese Reise organisiert und wir hatten eben unseren Bus, der uns da überall hingefahren hat. Die Frage ist jetzt, ob wir noch so ein bisschen mehr im Detail darüber sprechen wollen. Ne, ich würde sagen, wir schließen das Thema mal ab. Also ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich dieses Jahr wieder in Frankreich. Vielleicht bin ich auch nochmal irgendwo anders. Wir könnten dann nächstes Jahr, wenn es sich anbietet, mal wieder, das hat ja terminlich in diesem Jahr auch nicht so richtig gut gepasst, mal wieder einen Remote-Stream machen, das sich direkt aus dem jeweiligen Land. Ich weiß nicht, wir könnten jetzt mal relativ schnell über dieses Twitter-Mastodon-Dings sprechen. Also eigentlich funktioniert es. Also ich hatte ja im letzten Herbst so ein bisschen die Befürchtung und da habe ich mir auch ganz hastig mal meinen Twitter-Archiv angefragt und heruntergeladen, weil ja keiner so richtig wusste, ob es morgen noch funktioniert und ob es überhaupt noch funktioniert und jemals wieder funktionieren wird und was damit so passiert. Und seitdem hält es sich ja relativ wacker. Also totgesagte Leben irgendwie länger. Ist das denn unsere Community? Also ich war jetzt lange, lange raus. Also irgendwie letztendlich im Februar. Ist denn diese Edu-Szene? Weil diese Edu-Szene war ja durchaus, auch wir haben uns ja über Twitter kennengelernt. Ich habe jetzt auch so einen Retro-Analog-Moment gehabt, als ich auf einer Konferenz auf der E-Mux hier in Potsdam Leute getroffen habe, die ich sonst nur online kenne. Dann habe ich mich mit den Personen... Du hast Anja Lorenz getroffen, das können wir glaube ich sagen, weil sie hat darüber erzählt im Bildung-alt-entfernen-Podcast. Und war auch total cool, nach zwei oder drei Jahren sich mal so zu treffen. Ich wusste ja auch, dass sie kommt, Herausgeberin und so. Und das war irgendwie ganz cool. Aber dann haben wir uns sozusagen über andere Personen, die wir beide kennen, aber auch nur virtuell. Wie ist das denn jetzt mit der Szene? Also man hat nicht eine Plattform genutzt, um mit anderen Leuten virtuell zu sprechen. Ich habe auf analogem Diaprojektor-Wege quasi mit einer Person über die Plattform gesprochen. Und das war so, Moment, eigentlich ist das doch andersrum. Also wie geht es der Szene? Was würdest du sagen? Ja, also ich würde sagen, dass die Filterblase bei Twitter immer noch relativ gut funktioniert. Also wenn man diese komische Timeline ausschaltet und eben nur sich die Leute anguckt, denen man tatsächlich folgt, dann würde ich sagen, hat sich da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Es ist vielleicht etwas weniger aktiv. Was man natürlich jetzt nicht machen darf oder nicht machen sollte, ist, wenn man immer und ständig auf irgendwelche Hashtags guckt, die irgendwie gerade trenden oder wenn man eben einfach so diese, ich lasse mir auch mal fremde Sachen in die Timeline reinspülen, dann kommen da schon manchmal ein bisschen komische Sachen. Aber ansonsten würde ich sagen, funktioniert es jetzt für mich noch relativ gut. Ich hatte auch über den Jahreswechsel und so, habe ich auch mal die 1000 Follower in den Marke geknackt. Und ich glaube, das Maximum, was ich jetzt mal hatte, waren irgendwie so was wie 1050 vielleicht. Und das geht jetzt also pro Woche, verliere ich jetzt aber wieder vielleicht ein oder zwei oder so was, weil sich, glaube ich, einfach Leute abmelden für immer und ewig jetzt aus Twitter und auch eben ihren Account löschen oder was auch immer machen. Also die nicht einfach ruhen lassen. Ansonsten würde ich sagen, kriegt man da immer noch ein bisschen Reaktion. Man kann sich immer noch mit Leuten austauschen. Und ich benutze jetzt immer so parallel Mastodon. Das funktioniert auch relativ gut, ist aber jetzt auch nicht so super aktiv, würde ich sagen. Also da habe ich, ich weiß nicht, müsste jetzt gucken, vielleicht so 250 Follower. Also natürlich schafft man das nicht. Die Impression und die Interaktion ist ja eigentlich das, die Follower sind nicht mehr zu kaufen. Ja genau, also natürlich kann man da jetzt nicht in kurzer Zeit sich jetzt eben so eine riesen oder eine so große Basis aufzubauen, wie die, die man eben Jahre vorher irgendwie bei Twitter gepflegt hat. Und natürlich ist da bei Twitter auch viel Totholz dabei. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert. Ja, so von den Impressionen, von der Diskussionsatmosphäre ist Mastodon sicherlich irgendwie angenehmer. Also einfach, weil da, weil da, weil da, weil da die Blase eben auch funktioniert. Aber so von der Usability her, ja, ist Mastodon irgendwie auch schon nett. Also ein tolles Feature bei Twitter, was ich, das ich von Twitter kenne und bei Mastodon so ein bisschen vermisse, ist diese Fotooptimierung. Ja, ich habe jetzt nicht so ein tolles Smartphone und manchmal kann man dann irgendwie nochmal so den Filter drüberlegen und dann sieht das als, obwohl man irgendwie ein schlechtes Foto gemacht hat, wird das nochmal aufgehellt und geschärft und irgendwie besser belichtet. Ich habe jetzt tatsächlich so ein bisschen angefangen, irgendwie wichtige Sachen immer cross zu posten und dann einfach auch nochmal zu tröten. Ich sage, es funktioniert noch. Und ich meine, wenn man es so nutzt, wie man es nutzen möchte, funktioniert es, denke ich, immer noch ganz gut. Wenn man, wenn man das, also man darf eben da kein Doomscrolling machen auf dieser Plattform. Aber ich meine, das, also wenn man ehrlich ist, darf man das eben auch nicht bei Instagram und bei TikTok bin ich jetzt nicht. Und ich habe ja so einen Facebook-Account, den wir für unser Robo-Picasso nutzen. Boah, was mir da so in die Timeline gespürt wird, also das willst du eigentlich irgendwie auch nicht sehen. Und da finde ich so, da funktioniert der Algorithmus von Twitter dann immer noch leidlich gut. Ja, so dieses eigene Kuratierte, dass du halt sagst, okay, ich habe da irgendwie A, B und C, ich habe nochmal Matthias. Also, dass man wirklich sagt, so, das ist von mir vor kuratiert. Ich folge jetzt auch nicht irgendwie tausend Leuten. Gibt es ja auch eine Begrenzung. Und zum Beispiel diese komische Begrenzung, dass man pro Tag irgendwie nur x-hundert Tweets irgendwie lesen konnte, in die bin ich eben auch jetzt in den schlimmsten Zeiten hier reingelaufen. Also vielleicht nutze ich es dann eben auch nicht intensiv genug, weiß ich nicht. Aber ich, für mich funktioniert es in diesem Sinne auch ganz gut. Hast du dieses Threads? Threads? Nee, nee. Ausbruch, nee, okay. Also ich bin auch super, also ich bin auch so ein krasser Late-Adopter, was diese ganzen, also ich war ja für Facebook schon zu spät. Also das ist wirklich, ich gucke mir das immer so super lange an und das muss wirklich so richtig fliegen. Und selbst Twitter irgendwie 2017, also so ultra late to the game, selbst zu Spotify kam ich halt irgendwie schon viel später. Ja. Und habe halt irgendwie noch CDs gewechselt, so nach dem Motto. Und irgendwie, dann merkst du mal so, okay, gibt es eigentlich was Neues? Ja, mal gucken, was die... Und irgendwie ist jetzt kein soziales Medium in dem Sinne, aber auch da kann man ja irgendwie Artists folgen und so. Und ich bin immer so late to the party, dass ich mir das jetzt auch immer noch einfach noch in Ruhe weiter angucke, was die Tech-Fabriken da irgendwie noch... Aber ein bisschen schade ist es schon, weil man fühlt, also so Puls der Zeit geht schon verloren. Also weil ich einfach selbst entschieden habe, nee, ich bin jetzt erstmal weniger aktiv. Man kriegt natürlich ein bisschen mehr Zeit raus, weil man irgendwie nicht überlegen muss, wie sieht das Foto jetzt gut aus und wie fotografiere ich den Seminarraum, sodass das irgendwie clickable und likeable aussieht. Also es nimmt auch so ein bisschen Mental Load, sage ich ganz ehrlich. Ich war letztens auf einem Klassentreffen und habe mich natürlich mit ehemaligen Mitschülern und Mitschülerinnen unterhalten. Und ein Satz, den ich oft gehört habe, ist, oh, du machst immer so coole Sachen und teilst das auf Twitter oder du machst immer so coole Sachen und teilst das auf LinkedIn oder du machst immer so coole Sachen und teilst das auf LinkedIn. Und also von Mastodon Instagram. Okay, und von Mastodon spricht keiner? Von Mastodon hat jetzt irgendwie noch keiner so richtig gesprochen. Also ich glaube, dass viele Leute, die von Twitter weggegangen sind und irgendwie mal Mastodon für sich ausprobiert haben und feststellt haben, die Kuh fliegt vielleicht doch nicht so, die sind jetzt, glaube ich, bei LinkedIn gelandet. Und ich meine, wenn man ehrlich ist, LinkedIn ist dann aber auch genau das. Also ich sehe diesen riesen Vorteil von Mastodon mit der Dezentralität und mit den Instanzen und mit den Dings. Aber solange eben die Unis nicht wirklich auf diesen Zug aufspringen oder irgendwie so die hochstudaktischen Netzwerke oder weiß nicht und sagen, hier, wir machen als Uni eine Instanz, aber dann auch mit allem Drum und Dran. Wir kümmern uns ein bisschen um Moderation und wir sehen das aber eben auch als eine Riesenchance im Sinne von, dass wir darüber, dass wir über so eine Mastodon Instanz natürlich auch so etwas wie so ein Alumni-Netzwerk pflegen können, dass man darüber vielleicht so etwas wie Citizen Science und so machen kann. Ich glaube, dass alle sehen immer nur die Kosten und alle sehen nur den Moderationsaufwand und nicht so die ganzen Dinge, die man da noch irgendwie mit abfallen kann. Und also auf LinkedIn findet so etwas zum Beispiel natürlich irgendwie alles statt, aber hast du ja trotzdem irgendwie so dieses kommerzielle Plattform und irgendwie viel Werbung ringsherum und auch dieses Professional Development. Genau, ständig schreibt dir irgendeinen Recruiter und will dich wieder irgendwie abwerben. Und dann ist so, LinkedIn ist... Was sagst du? Immer noch so diese... Wir kennen ja auch alle so diese LinkedIn-Leams. Ja, ich habe heute meine Führerscheinprüfung bestanden, würdest du sagen. Und bei LinkedIn schreibst du ja, I'm very happy to announce them so. Und dieses Twitter war für mich auch immer so ein bisschen die Plattform, um ab und zu mal so ein bisschen abzuranten. Ja, ja. Und ich finde, das machst du irgendwie nicht auf LinkedIn. Also LinkedIn ist so für mich irgendwie... Es liest du auch selten, dass sich Leute... Also LinkedIn ist so ein bisschen... Ja, wir sind alles super successful und alles total happy und very engaged. Und was man schon irgendwie alles Tolles gemacht hat. So ähnlich wie Instagram auch. Also da gibt es ja durchaus auch eher so diese... Ja, genau. Und ich meine... Mein Haus sieht super aus. Meine Frau und mein Mann sieht super aus. Unsere Kinder sind glücklich. Das hat sich nicht wie Teilen angefühlt. Ja, also in der Edu-Blase werden, glaube ich, auch schon mal Sachen kritisch diskutiert bei LinkedIn. Aber eher im Sinne von, da hat jemand was geschrieben und jetzt schreibe ich da drunter einen kritischen Kommentar. Aber du schreibst eben nicht von dir aus und sagst, hier, was ist denn das hier auf den Tisch? Und das kann so nicht sein. Ja, das ist mit einer Tweet-Folge leichter. Ich würde auch vermuten, dass die Schwelle niedriger ist, irgendwie 160 Zeichen abzufeuern. Weil du kannst halt irgendwie sagen, hier ist X, X gefällt mir nicht, hier ist Y, wortwörtlich. Wir beobachten das mal. Also, ja, das man sicherlich schnell und gut besprechen kann, dieses ganz minimale Stream-Setup, das habe ich nämlich ausnahmsweise auch mal bei Mastodon getrötet und nicht bei Twitter oder X getweetet. Das ist was, was ich mir auch mal zum Anfang des Semesters schon irgendwie vorgenommen habe. das mal auszuprobieren, weil immer wenn ich normal meine Lehrveranstaltung streame, mache ich das ja aus Zoom raus und streame direkt aus Zoom nach Twitch. Und dann geht natürlich auf meinem Handy die Twitch-App an und sagt, hier Matthias, du bist gerade online, willst du mal kurz reinschauen, ob es richtig aussieht? Und hier kannst du in deinen Stream-Manager gehen und kannst zum Beispiel den Chat anschauen, den ich in Zoom nicht sehe. Das ist so ein bisschen der Nachteil an Zoom. Also, wenn jemand in Twitch was chattet, wird das nicht an den Zoom-Chat weitergereicht und umgekehrt, sondern das sind eben zwei komplett unabhängige Chat-Vorläufe. Und deshalb habe ich dann immer auf meinem Handy das so offen und kann da gucken, ob mir dann Leute in den Twitch-Chat irgendwie Nachrichten schreiben. Und da habe ich dann nach mal gesehen, dass man auch aus der Twitch-App auf seinem Handy irgendwie direkt live gehen könnte. Und da habe ich mir gesagt, das kann auch gar nicht so schwierig sein, das mal irgendwie für eine Lehrveranstaltung zu nutzen und habe dann einen so einen Übungstermin genommen und habe ein Funk-Mikrofon angeschlossen, natürlich hier so ein Holliland. Habe das Handy noch an der Powerbank angeschlossen, damit der Akku ein bisschen länger hält. Das Handy ist auch nicht geschmolzen und nicht überhitzt. Sieht jetzt auch einfach nach einem Standard-Handy aus und nicht irgendwie nach... Genau, und das ist so mein ganz billiges Samsung Galaxy X-Cover irgendwas vier Jahre altes Smartphone und habe gesagt, ja, live gehen. Und dann kann man auswählen, welche Kamera man haben will und dann nimmt das Handy auch automatisch den externen Mikrofoneingang und dann ist man eben mit dem Handy live. Und dann habe ich noch ein zweites Tablet da gehabt, wo ich dann auch den Streammanager wieder aufgemacht habe, um den Chat zu sehen. Und die Erkenntnis ist, das funktioniert also für im Prinzip ganz wenig Equipment, funktioniert das erstaunlich gut. Man braucht nur ein Stativ, ein Smartphone, ein Klemm, ein Handy und das teuerste da dran oder vielleicht das ungewöhnlichste da dran ist eben, dieses Holliland kostet ja vielleicht so um die 250 Euro mit den zwei Kanälen, mit einem einen Kanal wäre das auch günstiger. Ja, aber das kaufst du als Gruppe, als Fakultät, als Forschungsteam und dann das auch. Ja, und ich sage mal, wer jetzt so ein ganz bisschen in der Szene aktiv ist, hat das so oder so. Das Ding ist, was ich auch schon oder was wir auch schon bei dieser Outdoor-Hybrid-Übung mal festgestellt haben, jede Smartphone-Kamera und sei das Smartphone auch noch so billig, schlägt natürlich eine billige Webcam. Ich kann ja dieses Video, wir können das ja mal in den Shownotes einfach... Gut, aber wirklich ganz kleines Besteck quasi. Ganz kleines Besteck und das eigentlich der Schlimmste war oder das herausforderndste war so Lichtreflexionen auf der Tafel. Das liegt aber an der Zweckentfremdung. Du bist in einem Raum, der Zweck entrendet wird, der eigentlich für Präsenz optimiert ist und deswegen ist der Vergleich so unfair, weil du kein Rollo hast, wie auch immer. Ja, da ist ein Rollo drin, aber das ist einfach kaputt. Ja, gut, weil ein kaputtes Rollo ist ja irgendwie auch kein Rollo. Also das ist einfach ein unfairer Vergleich, weil der Raum ist optimiert worden für was anderes und du musst ihn leider zweckentfremden und natürlich ist dann diese Zweckentfremdung nicht so wie die intendierte Nutzung. Also klar. Na klar, also das ist jetzt kein didaktisch wahnsinnig hochtrabendes Setup, natürlich nähe ich, was an die Tafel zu schreiben und eine Tafel abzufilmen, aber wenn man es denn mal braucht, und ich meine, es gibt im Ingenieurwissenschaftlichen und Mathe-Bereich und so, gibt es viele Sachen, wo Leute gerne an die Tafel schreiben mit Kreide, über den Kreidefetisch haben wir auch schon lange genug diskutiert und da sind mal Studierende dabei, die in der Woche nicht können aus diesen und jenen Gründen oder man möchte es irgendwie mal dokumentieren oder aufzeichnen oder bereitstellen, dann ist das so. Eine technische Hürde, würde ich mal sagen, gibt es eigentlich nicht, weil ich brauche ein Stativ, ein Handy, eine Klemme und ein Mikrofon und that's it und dann gehe ich in Twitch rein, sage, hier live gehen und da brauche ich auch keinen großen Vorbereitungsaufwand. Also das ist, da wo wir das gemacht haben, ist einer dieser berühmten sieben Uhr bis neun Uhr morgens Übungstermine. Boah, da wäre ich auf jeden Fall einer, der da so einen Zuschauer hättest, das wäre nämlich ich. Ich habe hier auch gerade einer von denen da auf so einem super kleinen Stativ, hier fehlt jetzt leider, das hat keinen Kugelkopf, das heißt, da kann man jetzt das Handy danach nicht neigen und so, aber das ist super simpel und man kann das Handy so hochkern machen und wenn ich jetzt das Stativ hier abschraube und das auf die andere Seite, dann kriegt man das so. Genau, aber das muss halt im Stativ sein, das muss fest sein und ich meine, ob das jetzt Stativ ist oder einfach in einem fest verschraubtes Rohr, also mir geht es darum, dass das Teil der festen Infrastruktur sein soll und es kann nicht sein, dass das irgendwie zu viel Arbeit ist, irgendwie so ein festes Stativ in ein paar Hörsälen zu installieren, wo halt irgendwie ein Dreieachtelgewinde drauf ist, fertig. Ja, also zumindest, ich müsste mal gucken, ob ich dieses Video noch habe, habe ich in dem gleichen Raum, das ist nämlich ein Raum, der auch so eine Logitech Rallye-Videokonferenzanlage hat, die aber... Das große Besteck. Das große Besteck, die aber natürlich in so einem Schaltschrankkästchen an der Rückwand des Raumes installiert ist und ich habe mal so eine genau gleiche Tafelvorlesung auch mit dem Olliland-Mikrofon und eben mit dieser Logitech Rallye-Kamera gemacht. Ich würde sagen, die Bildqualität war da jetzt auch nicht besser, weil ich meine, wenn du das Handy, wenn du eine Tafel abfilmst, ich meine, die Tafel hat nun mal irgendwie einen begrenzten Kontrast und die Handykameras sind da meines Erachtens irgendwie schon ziemlich gut optimiert von den Algorithmen, die da nochmal hinterliegen, um da irgendwie das Letzte aus dem Bild rauszuholen und ich meine, bei der Logitech Rallye musste ich da auf jeden Fall meinen Laptop aufbauen und irgendwie USB-Kabel hier stecken, allein um die Kamera ran und dann musst du doch wieder Zoom und dann musst du in Zoom sagen, jetzt live auf Twitch und so. Und ich meine, bei dem Handy, das ist auch wirklich von der Software her so stinkend einfach, dass du reingehst, sagst Twitch-App, dann musst du, wie du sagst, das Einzige, du musst einen Account haben und dann sagst du live gehen. Und dann kannst du vorher auch deinen Leuten schon sagen, geht einfach auf meinen Account, da findet ihr den Livestream und da findet ihr auch die Aufzeichnung. Du musst nicht irgendwie in Zoom aufzeichnen, das auf irgendeine Cloud hochladen oder auf LMS oder irgendwie Zugangsdaten von einem Zoom-Meeting her vorher teilen. Aber ich meine, gut, der Nachteil ist natürlich, eventuell, ja, dass jeder, der den Twitch-Account kennt, der kann sich das angucken. Also, du musst dann natürlich auch schon das Skin in the Game haben, zu sagen, du machst das jetzt eben quasi öffentlich. Nicht nur quasi öffentlich, wirklich öffentlich. Wirklich öffentlich, aber ich meine, wer guckt da rein? Da müssen ja Leute auch schon wirklich auch das Interesse an der Elektrotechnik haben. Hast du die Prüfung schon bestanden oder kannst du die vorher so selber halten? Wir haben noch echt viel Content, das ist echt ein bisschen schade, aber ich würde behaupten, du gehst einfach mal in Ruhe in Urlaub, verdientermaßen, was auch kein Sommerloch ist, sondern Urlaub gehört dazu, muss sein. Und die neuen Kameras, die Opsport-Mikrofone, was haben wir hier noch genau? Ich habe mir noch ein Lehr-Lehr-Szenario aus dem Livestream, kann ich vorstellen. Wir haben einen April-Scherz-Artikel, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wie kann man Multiple-Choice-Fragen automatisch aus dem Video erstellen? Wir haben noch so viel Content, aber wir bleiben da weiter dran. Es wird immer mal wieder so ein paar Trends geben. Wir haben eine ganze Folge geschafft, ohne über künstliche Intelligenz zu sprechen. Das ist quasi in sich schon ein Anti-Buzzword-Bingo-Erfolg. Ich würde sagen, damit lassen wir es an der Stelle. Genau, die dringenden Sachen haben wir auf jeden Fall abgearbeitet, weil wir auf das Anja Lorenz Bildung alt entfernen, eine grandiose neue Folge, eine höre Empfehlung. Bis dahin, einen guten Weg durch den Sommer. Damit genug von uns. Folge 33 ist mit beendet. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.